Wie man hier schon sehen kann, wir haben momentan eine erhöhte Drop Chance für den Patriot. Das heißt, man kann ihn auch in Megapacks ziehen, nicht nur in dem Event erspielen. Und dementsprechend machen wir gleich mal ein Megapack zum Anfang hier auf und schauen, inwieweit die Chance wirklich dran ist, dass man wirklich auch eine Sache zieht. Es müssten jetzt wahrscheinlich zwei Rüstungsteile rauskommen, wie wir es gewohnt sind. Genau, einmal Gold, einmal Bronze. Und es war nichts dran, zumindest man bekommt nicht bei jedem Mal ziehen was. Es müsste theoretisch eine Challenge geschafft haben, weil ich hatte nämlich die Challenge Öffne Mega oder Super Pakete, die holen uns gleich mal ab, die 30 Credits. Und jetzt starten wir gleich in den Review von dem US-Patrioten rein. Wir rüsten uns jetzt den US-Patrioten aus und machen ein Review davon. Dieser US-Patriot hat irgendwie kombinierte Waffen. Das heißt, er hat irgendwie alle Optionen der militärischen Unterstützung, sobald die ersten Anforderungen erfüllt sind. Ich denke mal davon, wenn man die Drohne bekommt, bekommt man automatisch den Bomber sozusagen. Wir schauen uns das mal an, was das genau bedeutet, wie sich das auswirkt. Außerdem heißt es hier unten, ein erheblicher Teil von Explosionsschäden wird auf den Angreifer zurückgeworfen, nicht tödlich. Servus Leute, hier ist euer DysiBest und Abendbrannt nur im Video. Und heute habe ich den Patrioten für euch. Und diesen Patrioten, den könnt ihr in den Mega-Paketen bekommen, also Packs wollte ich sagen, oder in dem Event, das dieses Wochenende ist, das Event zum Unabhängigkeitstag der USA. Und manchmal sind, auch hier zum Beispiel, ist so zur Feier der Unabhängigkeitsbewegung, das ganze Spiel ein bisschen so in den Farben und hat so ein paar Verkleidungen und so weiter. Ja, das scheint ein ziemlich großes Thema in den USA zu sein. Ist jetzt für uns aus Europa vielleicht nicht ganz so easy zum Nachvollziehen, aber gut. Wir schauen jetzt mal diesen Suit an, weil dieser Suit hat nämlich sozusagen die Fähigkeit, dass wenn ich einmal meine Killstreaks erreiche, dass ich alle freigeschalten bekomme. Das heißt, ich bekomme die Drohne und bekomme dann automatisch, wenn ich die Drohne sozusagen erreicht habe, auch mein EMP. Und das sollte jetzt gleich der Fall sein, weil wir jetzt gleich den Dritten getötet haben. Übrigens, falls es euch auffällt, ich habe die Waffe ein bisschen stärker gemacht. Ich habe sie nämlich MK-Level aufgerüstet sozusagen, damit man mal sieht, was passiert, wenn die Waffe höher ist. Und zack, man sieht es schon, sie geht doch ein ganzes Stück mehr ab als am Anfang schon. Sie ist in Anführungszeichen noch stärker, sie ist echt eine neue PA39 und ist auf jeden Fall die stärkste Waffe aus der Klasse. Wobei man dazu sagen muss, sie lädt lange nach und sie zu bekommen ist ja auch nicht ganz so leicht. Man braucht ja, ich weiß nicht wie viele, 28 Blaupausen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und 28 Blaupausen sind schon eine Ansage. Und die PA39 ist auch übertrieben stark, deshalb, das ist die Frage, warum sollte nicht auch der Zapper eine Waffe haben, die einfach stärker ist als die anderen, beziehungsweise stärker als manch andere Waffen aus dem Spiel. Ich weiß nicht genau, wo wurde ich getroffen? Ah, das ist eigentlich ein ganz schön anzuschauendes Gameplay. Auch hier, man sieht das Schultergang, die unterstützt einen wieder ganz gut, kann man so sagen. Ich weiß nicht genau, wo die gerade einen getötet hat, aber das ist ja das Praktische. Man sieht sozusagen gar nicht oder sie unterstützt einen, obwohl man gar nicht aktiv da was tut für. Ist natürlich auch nicht ganz unschwach, aber das ist natürlich sicherlich auch einer der Gründe, warum diese Klasse in den Tournaments verboten ist. Und ihr habt es gerade wieder gesehen, es geht einfach übel ab. Diese Waffe, diese Kombination, die taugt mir so abartig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ja, ich weiß, sie ist stark. Aber der Patriot, der gefällt mir an sich auch ziemlich gut. Also ich finde die Möglichkeit, dass man sozusagen alle Killstreaks mit dem mit einmal bekommen kann, finde ich eigentlich ganz witzig, die Idee. Das Ganze funktioniert nur einmal. Also für alle, die jetzt schon Sorge haben, uh, das ist viel zu stark. Das macht riesen Probleme. Klar, es ist ein bisschen noobfreundlicher. 4 zu 0, geiler Score. Es ist noobfreundlicher, weil man eben auch, wenn man nur einmal die Drohne erreicht, auch den Bomber bekommt. Aber wenn man jetzt mal sich überlegt, der Bounty Hunter bekommt auch mit seinem komischen Diamantenstopp sofort die Killstreaks zusammen. Der Assault, der normale Standard Assault Anzug bekommt auch mit 4 den Bomber. Also in der Hinsicht ist der Anzug auf jeden Fall mindestens genauso schlecht oder genauso OP oder im Verhältnis zu den anderen genauso in Ordnung. Und ja, also jetzt könnt ihr euch entscheiden, ist es der Anzug mir wert? Ich finde er als Ansicht eine ganz witzige Eigenschaft, ganz witzig anzuschauen. Allerdings bekommt man die Fähigkeit ja nur einmal. Dementsprechend ist das Ganze wieder balancet zum Beispiel, als der Assault Rüstung. Und ja, jetzt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Servus, Leute! Also, einfach payingffff…. Im nächstenim 이렇게 semaine. We varaему해� monk was veranstalt über Pause. Im nächsten Mal. Und jetzt macht er einfach eine andere Seite zuordnen. Oh these mich versammelt. Im nächsten Mal. I haben mich. Red不會 hat dann sinds Organ asc پåtl. Bis zum nächsten Mal.